hey hallo leute wie geht's wie ihr seht ich habe jetzt auch ein green screen eigentlich wollte ich nun einmal ausprobieren und ja mal schauen wie es wird wenn es nichts wird wird es als nichts und meine neue frisur schnell präsentieren habe ich heute ganz spontan noch ein friseur gefunden aber wenn ich schon mal hier bin wollte ich doch noch etwas ansprechen und zwar seid ihr auch so gespannt was bei tesla passiert gerade wegen der eingestellten 75 pack also kein s75 mehr und kein x75 mehr was bedeutet das so wie ich tesla kenne sie sagen ja wenn man es will muss man es noch bestellen bis montag vielleicht nicht montag aber kurz danach wird wahrscheinlich was neues kommen und ich denke nicht dass das einfach nur sein wird dass es nur noch das hunderte pack gibt also was passiert das ist die große frage ich könnte mir vorstellen und ich fände gut wenn man irgendwie langsam halt auf die neuen zellen die auch im model 3 stecken gehen würde da würde man sicher etwas mehr kapazität reinbringen könnte wahrscheinlich auch schneller laden für das supercharging v3 dass er dann irgendwann mal kommen soll und ja was passiert dann gibt es das hunderte pack mit den alten zellen und ein grösseres mit den neuen oder was anderes wie werden sich die preise entwickeln bisher wie tesla immer nur teure teure teuer irgendwann muss das doch ein ende haben irgendwie und das hunderte pack ist ja also schon sehr teuer verglichen mit dem 75 also so 20.000 aufpreis und noch mehr für nicht einmal 25 kilowattstunden ist schon ein bisschen happig wenn man so mit dem corner mit 64 kilowattstunden akku vergleich zum beispiel ich denke da haben die schon ein bisschen luft vor allem eben wenn sie mit den neuen zellen was machen also ich weiß es nicht was meint ihr ich denke irgendwann kommen die neuen zellen ins model s und x das muss muss einfach passieren irgendwie im moment sind s und x ein bisschen benachteiligt ob schon sie eigentlich die top produkte sind in der linie eben schneller laden sollte das sicher möglich machen höhere kapazitäten wie unter 20 und 50 kilowattstunden hat mask nicht mehr gesagt irgendwie viel mehr macht gar keinen sinn mehr kann man sich natürlich darüber streiten ein grösseres pack lebt länger kann schneller laden das heißt ja nicht unbedingt dass man die reichweite auch jeden tag ausfahren muss kommt natürlich schlussendlich einfach wirklich auf darauf an wie teuer sie das anbieten können naja gut ich will gar nicht viel weiter rumfabulieren ich weiß es nicht was meint ihr bin auf kommentare gespannt und bin jetzt mal gespannt ob der green screen da funktioniert wie er soll wie das aussieht und ich lasse euch schon mal wieder ins wochenende tschüss